so jetzt aber jetzt machen wir die aufnahme für die zweiten community battle heute auf einer zufalls generierten karte mal die jorde versum karte ist vorbei ach scheiße heute war die zuschauer offen gelassen macht doch mal ready wer heute gewinnt polen oder portugal haben wir schon gesagt portugal wird gewinnen polen rassisten gewinnen doch immer was für rassisten das passwort war übrigens penis zwei das hilft jetzt aber kein wird das nächste mal penis drei sein wer weiß wer weiß nein das nächste mal ist das passwort rothaariger penis ist ein bisschen lang zum tippen richtig denken ja ein wälder abzubauen wie ging das noch mal mit liebe der kettensäge dann nie gesehen dass jemand im wald mit dem zahnstocher ein baum fällt 2 w noch von ihrem einzigen startpunkt aus das ist schon ich habe noch gar nicht auf bereit gedrückt ernsthaft ein planet kann man sofort ja moment du musst denn ja erstmal aufbauen naja das ist jetzt aber nicht so ja ist halt so da hast du riet in besser in größer ja und näher dran er kann nämlich besser planetenbildgelöcher rotarig macht hartrohrig jetzt habe ich es im kopf du hast deinen eigenen spruch im kopf das ist nicht mein eigener spruch den habe ich aus dem internet das ist seine lebensweise das ist das wenn man triss trifft was glaubst du denn was er immer in den pausen vom stream macht schlafen irgendwas mit hartrohrig oh man upsala du hast den pf nicht da der war auch auf unserem planeten nee der pf ist unter mir ich glaub auch nicht 1 2 nein ich bin auch nicht unter dir du perverses schwein laut meiner karte bist du unter mir genau wie lina er ist lila du über mir ist lecron ja ich lieg immer um links von mir ist das ist aber eine ziemlich langweilige einstellung naja ich weiß ich hoffe deine freundin kommt damit klar sie mag es wenn ich sie mag es lieber wenn ich oben liege also ja weil sie faul ist ist sie auch passt sie eigentlich inzwischen zu ich hab noch keine ich hasse dich Nachricht kommen also ich glaub nicht ich hasse dich ich hasse dich ich wäre richtig mies macht es ein glück ach Miek hat dieses eklige in lila eklig das sieht richtig geil aus warum eine störung besteht heute deutschlandweit wahrscheinlich weil es seit ewig also seit einiger zeit sehr viele gewitter gibt und deshalb die leitungen sehr stark beschädigt werden ein hoch auf globale erwerbung ihr seid schuld ich hab am müll immer brav getrennt obwohl es auch nur geld nach der rei ist ich hab kein auto ach als wenn das deinen co2 aussturz verbessert du fuhrst den ganzen tag rum nein ich bin gamer ich sitz den ganzen tag zu hause richtig und was denkst du was dein rechner für co2 ausstoß hat gar kein na gar kein ja aber wo kommt der strom dafür her von algen von algen von algen algen aus meinem arsch von meiner kartoffelfarm da bin ich mal gespannt wie dein arsch strom erzeugt ja das äh komm her dann zeig ich es dir nein danke mein arsch wird sich freuen es dir zu zeigen oh gosh mein planet welcher ja der erste wochen meiner ne meiner ich baue jetzt hier drauf ich baue auch da drauf ey ey jetzt muss ich tatsächlich nein ich geh schon weiter komm oah alter sind wir jetzt beide weitergegangen nein ich hoffe nicht mein planet jetzt muss ich warten bis ich weiß wie produktiv ich in der zeit bin ich bin auch sehr improduktiv wenn ich jetzt das nein wenn ich jetzt das nein wirst du einfach das ding bauen müssen lol wer greift mich denn da an mein spieler würde ich mal sagen ach DJ ist schon da oben die Pratze sorry ich darf nicht kackpratze sagen ich krieg die Krise Wo ist das? Hat's doch gerade gesagt. Vielleicht hat er das zitiert. Ich zitiere Shakespeare, Kackratze. Das ist kein Shakespeare. Noch ziemlich sicher. Hast du Beweise? Äh, ja. Legen Sie die Beweise vor. Hahahaha, das ist doch nicht wahr. Toll, der gegnerische Mitspieler ist 10 cm neben mir gelandet. Das nennt man auch Gegner. Der gegnerische Mitspieler hört sich aber viel besser an. Warte, der kann nichts abbauen. Warnabot, willst du dich vielleicht mal beeilen? Ach guck mal, die bunkern sich ein. Lass sie doch. Wie, lass sie doch? Sind wir hier bei Wünscht dir was, oder was? Lass sie doch einbunkern, dann sind sie leichter zu töten. Das ist die richtige Einstellung. Ich mag so, von aus. Pssst. Jahaha, mein Planet. Warte, ne, schau, halt den Hauptplaneten, der ist viel größer. Ja, okay, ich mein, da sind ja nur 60.000 Gegner drauf. Das stimmt gar nicht. Vier. Vier. Erbte Zähler. Ähm. So. Dann machen wir mal so und dann so. Was machen die? Machen das Übliche. Müll? Ja. Picken. Nein, nicht das, was du machst. Oh. Wieso denn nicht? Und deshalb ein gutes Zeichen dafür, dass jeder die Möglichkeit hat, Sex zu haben in seinem Leben. Heute im TS das Beispiel. Hat irgendeiner von denen eine Flotte? Ich glaube, rot. Hat auf jeden Fall irgendwas im Wasser. Schön den Lümmel da reingehalten. Ich glaube, der Gegner hat Angst. Sie fürchten sich. Die haben alle Angst vor Proof. Unwahrscheinlich. Die haben alle Angst vor Mika. Doch man hat schon den Planeten ausgebaut. Was los? Du hast doch gar nicht den Planeten ausgebaut. Ja, ich hab's auch grad gemerkt. Ich hab' gesehen. Das heißt so aus, dass wir die ganze Zeit... Die ganzen Ressourcen auf der Förderseite, aber auf der Rückseite sind immer so was. Wo ist denn meine Basis hin? Ich hab' nicht vor dem Portal, wo du guckst. Hm. Ich glaub' der eine weiß nicht mal, wie man Orbital-Abwehrgeschütze baut. Eigentlich glaub' ich, dass das alle nicht können. Ja. Warum? Keine Ahnung. Habt ihr nie meine LPs geguckt? Jedes. Es sind doch keine treuen Zuschauer, so wie wir. Wer bist du? Na. Der Typ da. Keine Ahnung, wie du meinst. Ach, der mit der Freundin. Die, die die Brüste sich berühren lässt. Der Typ, der die 150 Euro gesperrt. Nein. Stimmt das? Tut mir leid, mein Gedächtnis ist immer so schlecht. War das Übrige von meinem PC-Geld? Ach, das ist nie angekommen, wollte ich dir sagen. Aha, leck mich. Nein, wirklich. Hä? Konto war nicht gedeckt. Ich hab das Ganze mal mit Support-Überweisung gemacht. Ach, dann dauert das eh ewig. Ach, du hast jetzt Spaß, oder? Nein, das dauert wirklich ewig. Ich weiß grad nicht, ob ich ihm jetzt glauben soll, oder nicht. Ach, schick ihn einfach nochmal 150. Nein. Warum denn? Nur so zum Test. Ja. Diesmal über Paypal. Ich glaub, der geht auf Lufteinheiten. Der hat die Basten. Da machen wir alle neben Planeten. Oh ne, haben wir nicht. Guck mal, ich mach mal den letzten. Irgendwie bin ich ganz träge gerade. Necron. Oh, haben wir stattgefahren. Oh ja. Der Gegner baut nur Verteidigungstürme. Obwohl das Blödsinn ist, ich kann einfach außen vorbeilaufen. Ach, da kommen die Jäger dann. Ach so, weil er seine Armee hier stehen hat dann. Der hat T2, äh, Walker. Ja. Gäbe es in den grünen letzten Planeten? Äh, ja. Ich hab mir jetzt noch vorgenommen. Ich weiß. Oh scheiße, jetzt bricht der hier durch. Oh, nervt das. Bist vielleicht im Feind-Team? Ne, er ist in unserem. Jetzt ist er den ganzen Tag ein Feind-Team. Wer ist denn? Der ist im Team Jäger. Ja, auf jeden Fall lustig. Wieso kann der meine U-Boots sehen? Weil er hekt. Ach ne, weil der da so ein Torpedo geschützt hat. Was auf Land steht. Das geht? Ich bin grad auch etwas verwundert. Jo, das geht wirklich. Der T2er? Keine Ahnung. Der T2 ist keine Ahnung. Ja, auf die T1er gehen schon auf Land. So, ich frag mich jetzt mal mit dem Flugzeugträger mal. Mach das. Flugzeugträger sind scheiße. Nein. Wie nein? Nein? Wir haben ja gesagt, Flugzeugträger sind scheiße. Nein. Nein. Den T2er haben die sich gegönnt. Wenn er sagt nein, dann muss das eventuell stimmt. Richtig, meine Macht ist größer. Das ist ein Lüge. In Wahrheit viel größer. Nur man erkennt mein Potenzial nicht. Dein Potenzial? Ja. Ich hab Angst vor meiner Orbital-Verteidigung. Oh, ich hab seine ganzen, äh, äh, Dingsen, seine ganzen Flugzeuge. Nein. Ich bin jetzt etwas am Arsch, weil er rot vor mir Artillerie bekommen hat. Warum lässt das zu? Warum redest du nicht mit uns? Ähm. Macht nichts. Ich hab's nicht gesehen. Das Problem haben viele mit der Kommunikation. Sind wir orange, du? Nee, ich glaub nicht, dass wir orange sind. Orange ist DJ. Dann ist DJ grad dabei, bei deinem Planeten was zu machen. Ja, das stimmt. Ja. Geht was dagegen vernehmen, oder? Nee. Ich sterb einfach mit Würde. also bis jetzt macht das ding in der luft noch gar nix er braucht keine hilfe will es gerade wirklich von unter wasser kommen oh mein gott joe wer etwas getötet ich glaube die haben den letzten planeten können wir uns mal auf dj konzentrieren der geht mir irgendwie weil die etwas auf dem sack springt habe ich jetzt einziger standbild nein ich habe auch standbild gleich weiter bin ich dran tot ich auch nicht wahrscheinlich wird irgendjemand raus fliegen ja mal das ist ja der der vernichtet wurde connected ok der hat nur scheiß artillerie du willst gegen mich kämpfen wer bewahrt hier der hässliche daneben steht oh nein es ist langsamer ja sorry ich bewege gerade ein paar docks oh kann ich ja nicht verpassen wollen oh gott warum rassen die denn mit ihrem tech 2 docks ein ich mache keinen schaden auf die tech 2 fabrik vor allem habe ich nur angegriffen weil der mich angegriffen hat normalerweise versuche ich ja hier eine entspannte koexistenz hinzukriegen ich habe einen atlas geortet ach hat sie nicht jana meint die stream wird die ganze zeit lecken wer ist jana meine freundin achso hallo jana mit brüsten oh nein das hast du jetzt leider selbst eingesprochen ja ich weiß dein freund hat uns von deinen strammen dingern erzählt hä was denn hä jetzt vorhin hast du voll geschwärmt von ihren brüsten mein gott du musst aufhören dass kub dich rein breitet äh orange geht gleich in den frontal weg und das ist noch lange nicht fertig vielleicht wieder ich bin noch so mit grün ok es ist fertig ok es ist fertig so lange liegt fertig ok es ist fertig ok es ist fertig ich bin kurz weg und tschüss und tschüss und hast dich deine freundin jetzt mitkommen nein die hast du ja nicht die findet ihn jetzt noch geiler deshalb die frauen wollen sowas hören doch sie jetzt ist die sau auf mich warum ich hab nichts gemacht ja die hat wirklich nichts gemacht du versuchst hier nur meine Autorität zu sabotieren nein du willst nur unsere Beziehung sabotieren weil du sie haben willst ich weiß nicht mal wie die aussieht ich weiß nicht mal ob wir dieselben sachen stehen magst du es einer nahe stopfen im Hintern zu haben während man dich begattet ich glaub da darf ich für sie reden und nein sagen vielleicht weißt du das nur nicht vielleicht traust du dich nicht dir das zu sagen vielleicht suchst du dir einen Mann der sexuell etwas aufgeschlossener ist kann natürlich auch sagen wie ein Japaner alle du bist aber kein du bist aber kein Japaner das stimmt oh da wird ein Ares gebaut yay Ares komm kuscheln so ich produzi mehr Docks als du ich produzi überhaupt keine Docks also jedenfalls produziere ich die nicht offiziell oh da kommt ein Atlas in meine Basis ach der wird zerschossen bevor er durch ist obwohl doch nein ich hab keine Einheiten dafür ich hab den grad gefrieden äh deine Docks ach was gibt es Schlimmeres glaubst du es war kaum aber ich hab mal mit einer 2000 Mann Docks armiden Ares erstört bekommen nach denen ungefähr alle beiden rauf gegangen sind da ist ein Commander ah da ist ein Commander Ja? Und wenn ich dann auch den Tagesschutz gesungen habe, bekam das Pipio. Pipio. Ich glaube, ich kann Rogen ein bisschen mit Asselerie ärgern. Ich habe jetzt seine kaputt bekommen. Na gut, was soll's. Schluss mit lustig. Machst du jetzt, äh, snipen? Nein, natürlich nicht. Doch, Mann. Nein, mach ich nicht. Ich höre schon auf. Was für euch hat, was kommen würde. Äh, hier sind übrigens alle. Alle. Alle zwei. Auf einen komplett ungeschützten Planeten. Laser ich eben weg. Ich hab noch gar keine Laser. Ja, hört sich gut an. Hört sich nach einem sehr guten Plan. Via Backlaser. So, und vergesst nicht Anti-Nuke zu brauchen. Was sollen wir annehmen? Vergesst nicht Anti-Nuke zu brauchen. Ohhhh. Wer braucht schon sowas? Lauf schnell und so weit wie du kannst. Ich? Gelb. Ich. Los, beeil dich. Ich bin unterwegs, um dich zu schützen. Bella. Ich probiere es. Geh ins Wasser. Geh ins Wasser. Aber über einen Umweg. Über einen langen Umweg. Nicht über einen kurzen. Lauf, Gelb. Blut. Ich helfe dir. Unter meiner Aufsicht steht mir hier niemand. Ach, ich guck einfach nicht hin. Da. Ich glaube nicht, dass ich ziehen mit meiner kleinen Doxami aufweiten kann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warte, ich helfe dir mal ins Wasser zu gehen. Du hilfst ihm ins Wasser zu gehen? Ich schütze dich ins Wasser. Okay. Spreng ihn einfach in die Luft. Opfer dich fürs Team. Ja. Opfer dich. Fuck. So. Jana hat mir grad geschrieben, sie findet es kett, dass ihr denkt, sie sei so wie ich. Also muss ich jemand jetzt mal richtig stellen. Meine Freundin ist nicht so wie ich. Ich schieb dich. So wie du? Was bedeutet das? Du dreckiger Traitor. Wie bist du überhaupt? Nein. Nein. Warte, warte, nein. Nach unten Dox, nach unten Dox. Ich will dich nach unten. Was macht ihr? Der schiebt den. Ich will ihn von den Gegnern wegnehmen. Er tönt den. What the fuck? Das sieht, das sieht krank aus. Aber er ist schneller dadurch. Hilfe. Komm, ich nehm mich mal ein bisschen mit. Nein. So, jetzt gehst du ins Wasser. Und ich kümmere mich um deine kaputte Base. Ich hab Minen gebaut. Gut. Mit letzter Kraft. Wovor brauche ich denn gerade so viel Ressourcen? Ich hab'n Hack mit dem ich dir 100% deiner Ressourcen abzweige. Das weiß ich. Und ich kopiere auch immer deine Farbe. Das weiß ich auch. Weit spielt immer Proof so gut. Oh, ich gewinn tatsächlich. Vielleicht hätte ich sogar noch was von deiner Base retten können. Egal. Kannst du zurückgehen und sie wieder neu aufbauen. Okay. Ich danke dir. Ist die Rote Armee hier jetzt vernichtet oder nicht? Ja, ich hab' sie komplett atomisiert. Ja. Toll. Ihr baut Raketen-Launcher gegen Docs. Das ist sinnvoll. Es könnte ja sein, dass die Einheiten die nicht One hitten. Oh, er hat'n Aris. Ach, f***. Ich bin ja schon weg. Du kannst übrigens nicht zurückgehen. Ich brauche an der besten schon mal direkt in der Nähe von meiner Base wieder eine neue Orbit. Ja, ich hab' ich nicht essen mit meinem Commander. Ich seh' da irgendeinen Commander im Orbit. Ja, das ist meiner. Ach. Mach doch einen Teleporter irgendwo hin. Hatt' ich keine Zeit zu hören. Der Aris nimmt meine Basis aus. Ach, die bauen eine Nuke. Die bauen zwei Nukes. Und jetzt? Wir haben alle Anti-Nuke. Nein. Wie nein? Scheiße. Ich hab' doch eben noch dran erinnert. Ja. Du bist echt nicht wie deine Freundin. Die hat dran gedacht. Ja, ja, da hätt' dran gedacht. Ja, da hätt' dran gedacht. Ja, das ist besser in Sachen als ich. Ja. Der Aris tut es von mir gut. Aber ich hab' keinen Bauch. Oh doch, ich hab' nicht so viele Bauch. Das liegt doch nicht. Man. Währenddessen mein Commander bei mir verkennt ist. Wieso? Aber. Ich schleude gleich den Planeten. Ich hab' ja geschworen, dich umzubringen. Aber Proof, ich wette, dass es mir auch so, dass deine Freundin immer besser sind. Boah, er weiß da eigentlich genau, wo ich ankomme. Weil er den Stream guckt. Ja, klar guckt er Stream. Natürlich guckt er Stream. Aber wir haben auch dich und Mika, sonst wär's unfair. Also Proof und Mika wird dadurch ausgehebelt, dass dann die anderen Streamen gucken oder was? Ja. Ja, so in etwa. Das ist so superlogik. Gerne. Der glaubt doch nicht ernsthaft, der kriegt das Portal kaputt oder die Docks, die da rauskommen. Doch. Sind doch nur ein paar tausend. Fühlt. Hm. Hat doch, glaub ich, das glaub ich doch gar nicht so richtig realisiert. Witz sein. Boah. Ein durchgingender Kotzwürk. Kotzreizwürk. Was ist ich? Boah. 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 Ich bewege sofort meine Einheiten. Ich muss grad was auf dem anderen Planeten. Ah, klappt. Boah. So motion. Ja, Mika bewegt seine ganzen Docks. Hm. Ich kann ja, ich würd' ja sagen, dass es nicht an mir liegt, aber das wäre gelobt. Da ist der Orange. Ich könnte auch mal ein paar. Ich komm gleich von der anderen Seite. Gut. Kommst du gleich von hinten? Ja. Oh. Es könnt ihr sogar schaffen, dass ich meine Einheiten so weit aufgesplittet hab, dass sie ihn besiegen. Naja, ich zieh die mal lieber zum Portal zurück. Hat ja keine Eile. Könnt ihr mal V auf Patrouille schicken. Ich hab das Gefühl bei mir leckt, so ein bisschen. Echt? Das muss so. Das muss so, das gehört zum Spiel dazu. Ja. Nicht ohne eine richtige. Äh, weg. So. Alles klar, so. Jetzt hab ich ein bisschen den. Na, ich weiß nicht, ob ich da seine Armee besiegen kann. Du. Dass Mika sowas mal sagt. Ja. Wollte mich mal zurückhalten, ja? Obwohl, ne, ich gewöhne. Aushoch. Sah aber schon beinah fast knapp aus. Sah beinah fast knapp aus. Sah beinah fast knapp aus. Genau. Alle. Nein, ich hab einen zu. Ey, schieß auf den richtigen, du scheiß Toys. Was? Ja. 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 Ich glaub das war der komplizierteste. Ich glaub, ihr habt Ausstand nicht. Nein. 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 Nur du wie immer. Nein. 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 Ich hab den wegs dem in slow motion. Ich hab den wegs dem in slow motion. Okay. Was soll das denn? Ich hab den wegs dem in slow motion. Verdammt. Warum hat den jetzt DJ Neymar's nochmal reconnected? Ich kann dagegen aber jetzt gerade leider gar nichts zu tun. Oh, jetzt geht's aber wieder. Bist der raus? Nee. Oh, jetzt geht's schneller. Die letzten, die sind alle auf dem Heimatplaneten. Ja, gerade ging es schneller bei mir. Nein. Das ist sparsam eingestellt, wie möglich. Oh, nein. Wieso tust du mir das an, Mika? Nein. Das läuft wieder flüssig. Pass mal auf, beweg gleich meine Docks. Mika stellt erstmal neben mir die Selbstmordattentäter. Mika hört sich an wie ein Selbstmordattentäter. Mika hat neben meinen Commander meinen Hattenswing gestellt. Oh, 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 oh nein. Und wenn du den wegbewegst, spreng ich sie. Warum? Lass den Commander da stehen. Ich zähl es gleich. Nein, ich bin's nicht rum. Ja, das ist doch Sinn und Zweck der Sache. Weißt du was? Du lässt dich auch patrouillieren. Hat, äh, Proof, du weißt sowas meistens, hat Kabel Deutschland heute irgendwelche Probleme? Äh, ja, hab ich schon gehört von mehreren. Ah, okay, cool. Ich hab dir nicht gesagt, komm auf meinen Planeten, das freut dich von Anfang an nicht. Ähm, weiß ich jetzt, wieso bei Jan und der Stream leckt. Aber, gestern Morgen war auch schon ein Problem mit den Kabel, äh, Leitungen. Passt aber. Ähm, an einem Kumpel von mir war heute den ganzen Vormittag des Internet weg. Ja, doofe Stürme im Moment. Ich bin bei 1 und 1. Ich auch. So wie es war eigentlich bezahlt, war der Clasement. Passt. Äh, Proof, hast du vor, auf dem Hauptplaneten Zeuses zu bauen, oder? Äh, die Karten. Eigentlich hab ich doch vor, den Hauptplaneten einfach komplett kaputt zu machen. Stehen da gerade zwei Metallbohrer aneinander? Ja, das geht. Hehehe, Cheat. Nee, kannst du einfach, du kannst den T1er noch unter den T2er bauen. Nein, das sind zwei T1er. Nee, das sollte eigentlich nicht funktionieren. Das leuchtet die ganze Zeit in gelb-lila. LOL, Mika, was machst du denn da? Er probiert mich umzusehen. Ja. Und das mach ich auch. Er kann mir nicht abhauen. Wenn ich scheiße, mir hätte es nicht so langsam wäre. Soll, noch einer. Bin ich der Einzige, der das sieht? Was? Dass da zwei ineinander sind? Bei T1er? Nein, das passiert manchmal einfach. Oder meinst du meinen Vorstoß? Den Vorstoß, der Bots, meine ich gerade. Achso, ja. Was ist das? Das ist das Ende. Und ich hab vergessen, meinen mit meinen Einheiten zu bewegen. Oh, es hängt. Puf, das hättest du sagen sollen. Ich hätte mal den Nukes noch gespinkt. Mann. Jetzt ist er wieder, wenn man überleben. Oh, Puf, du. Es hängt bei mir. Ah, jetzt. Jetzt, Joll. Lol, ich bin nicht gestorben. Nein, nein, so knapp. Die Wichtigsten haben wir überlebt. Oh, so ne Arschgurke. Ach, sei leise. Also sind ganz viele von euch gestorben. Also, mein Gott, ihr habt gar nichts von mir gelernt. Genau. Vertraut niemals Mika. Wieso jagt ihr denn einfach den Hauptplaneten hoch? Weil wir so gewonnen haben sofort. Hallo, ich hab meinen gesamten, meinen gesamten Ressourcen geopfert dafür. Ich produziere jetzt noch 20 Metall. Du hast das sowieso gewonnen. Damit produzierst du momentan mehr als andere im Game. Richtig. Nämlich die, die tot sind.